Milchreis ohne Milch. Dein Swig und mein Swig, Alter. Das ist der Classic und Open hier. Und hier das leckere Rind von Marcin. Liebe Grüße Marcin. Das ist der Classic Löffel und der aus der offenen. Das ist ja auch wie eine Messkelle. Aber jeder hat es sich freiwillig ausgesucht. Wir sind jetzt nach ein paar Trainingsanheiten hier mit Urs. Und ich habe so ein Fazit für mich selber gezogen, wo ich dann wieder sage, ich war dann beim letzten Mal mit Heiko trainieren. Und ich denke mir dann so, also mein persönlicher Vergleich hat immer so, wo kann ich mehr dazulernen? Kennst du das, wenn dir jemand etwas sagt, wo du schon selber weißt, war da glaube ich nicht dran? Das kenne ich sehr gut. Gab es schon mal bei dir, dass dir jemand etwas sagt und du denkst so, Digga, das klappt niemals, wie du das sagst oder das tut mir nicht gut? Hast du das schon mal gehabt oder? Ich habe es dann trotzdem mal ausprobiert. Ich versuche ja immer von jedem zu lernen. Ja, genau wie ich. Deswegen fliege ich ja auch um die Welt und trainiere mit jedem und versuche alles mal umzusetzen, was die Person mir sagt. Ja. Deswegen fand ich es witzig, weil du mit Heiko trainiert hast und man ja so, das was Heiko redet, kennt man ja so. Und habe ich auch schon so ähnlich probiert. Ist ja klassisches Volumentraining. Einfach zu stören. Irgendwie zu stören einfach nur. Ja und das ist halt, das ist halt schon geil, aber ich freue mich, wie lange kannst du sowas konstant halten und wie sehr brauchst du das? Mhm. Ich meine, wir haben jetzt drei Tage trainiert. Das erste Training mit Radek und Damian war ja auch von Radek vorgegeben. Ja. Das war eher so dieses fünf Übungen, drei bis vier Sätze, Volumentraining. Wobei unser Armtraining auch richtig heftig war. Ja. Also ich würde sagen unser Armtraining war für das zentrale Nervensystem nicht weniger belastbar. Ich fand das Training gestern und das heute, fand ich um einiges anspruchsvoller, anstrengender, obwohl wir overall weniger Sätze gemacht haben. Und ich habe einfach mein Ding gefunden. Ich arbeite jetzt auch ja mit Martin und Brett zusammen, mit denen ich auch zusammen trainiert habe und ja, wir einfach auf einer Wellenlänge waren. Hast du einfach deren Plan nachgemacht? Oder haben die erstmal deinen nachgemacht? Ne, ich habe sie auf einen anderen gekommen oder was? So wie ich es eigentlich immer mache, so wie auch bei Samson jetzt so, ich will genau dein Training machen. Weil es kann ja sein, das passt mir übel krass und dann habe ich so was Neues entdeckt. Und das, ich habe ja sonst auch dann eher eine Zeitlänge gehabt, wo ich zu Stefan gekommen bin, weniger Volumen trainiert. Ja. So wie du damals zum Beispiel auch. Ich habe dann aber gemerkt so, ich kann mich da schon an die ganzen gehen, aber es klappt ja auch nicht immer. Die Leute müssen verstehen. Ich habe heute erst mit Stefan darüber geschrieben, liebe Grüße an dich. Dankeschön. Und es gibt Übungen, da denke ich, ja okay, das war nicht das Top-Set, wie man so sagt. Und jeder andere Typ im Gym hätte dann gesagt, okay, das war es jetzt Back-Off-Satz. Und dann würde der am Ende, wie vielleicht auch deine Klienten vom Online-Coaching bei Mike, vielleicht schreiben die dann, ah, das ist viel zu wenig, ich muss mehr machen. Aber schon auch drüber geredet, ja. Und da denke ich mir dann auch, okay, war das jetzt zu wenig oder hast du es einfach verkackt? Weil ich kenne das selber, du kennst es selber. Und so steuere ich mein Training auch. Wenn das jetzt nicht so, wenn der Satz nicht so war so, ja man, der war richtig krank, dann mache ich noch einen. Du hast ja im Prinzip... Also im Prinzip habe ich diese zwei Sätze, mache ich Top- und Back-Off-Satz. Der Back-Off-Satz eigentlich fast immer mit so einer Intensitätstechnik, aber halt solche geilen Sachen noch mit Loaded Stretch und so, was ich davor nicht gemacht habe. Ich wollte nur gerade sagen, also wo die Parallelen sind, ich habe jetzt einen Armträgen mit dir gemacht und einen Armträgen mit Heiko, ist es, ob du jetzt deinen Bizeps mit zehn Wiederholungen zerstörst oder mit 20, ist prinzipiell jetzt mal scheißegal. Ob das jetzt ein super hohes Gewicht ist mit weniger Wiederholungen oder ein super niedriges oder mittleres Gewicht mit höheren Wiederholungen, ist ja auch Schwanz im Endeffekt dann so. Der Unterschied ist einfach nur, du machst die Dinge, die du gut spürst und du machst nichts gegen den Schmerz. Das heißt, du hörst da viel mehr auf deinen eigenen Körper. Plus zusätzlich, wenn du selber trainierst, weil du trainierst ja alleine, so wie ich ja auch, trotzdem noch jedes Mal irgendwie gegen das Buch zu arbeiten. Du hast ja gesagt, wenn ich jemand anderes trainier, hätte ich vielleicht noch zehn geschafft oder fünf geschafft oder sowas. Ich hätte ja bei der Beinpresse oder beim Armtraining oder beim Rückentraining bei 25 gesagt, boah, geht nicht. Und dann kommst du an und sagst so, da gehen noch fünf alleine, da gehen noch fünf alleine und noch fünf mit Hilfe. Aber das hast du ja alleine nicht. Eben. Das heißt, du musst jetzt anders zu helfen wissen. Loaded Stretch, Restpaws, Dropsätze. Das heißt, du machst im Prinzip ja drei, also wir haben jetzt glaube ich überall drei Sätze gehabt im Schnitt. Ja. Und die waren alle Maximalgewicht, irgendein Intensitätssatz und irgendwas mit Restpaws droppen sonst irgendwas. Das heißt, du machst ja komplett Hybrid, du machst ja alles quer durch. Ja schon. Und guck mal, das Ding ist auch, wenn ich mir die Volumentrainerer anschaue, wie jetzt viele Oldschooler, ich habe ja auch mit Markus trainiert, die machen ja immer vier bis fünf Sätze pro Übung. Mhm. Da ist aber der erste Satz noch lange, lange weg vom Versagen. Das ist dann so, wie wir auch aufwärmen, 20, 15, wie wir auch beim AMD gemacht haben. Und willst du das jetzt als Satz zählen? Ich mache das nicht. Ich auch nicht, ne? Und deswegen sind das halt diese Aufwärm- oder Reinkommenssätze. Ich meine, da hast du bei der Squat-Maschine hast du ja auch drei Platten, das schon relativ schwer ist, hast du auf zehn Wiederholungen gemacht zum Reinkommen. Und das war schon Belastung auf deine Beine. Deswegen, man zählt halt nur so, das ist ja das Pyramidensystem, wenn du immer hoch gehst mit dem Gewicht. Genau, ja. Und dann der letzte ist so der, was knallt. So sagen die ja selber auch. Und da droppst du dann nochmal. Im Prinzip haben die das auch gemacht. Sorge eher nur einen Satz. Und dann machst du halt noch zwei hinterher. Ja, und dann mache ich halt noch zwei hinterher. Genau. Und das ist halt das Ding. Und ich finde halt, ja, das ist immer Ansichtssache, was man, mir ist auch scheißegal, ob man das jetzt High-Volume, Low-Volume, High-Intensity, Nicht-Intensity, jeder erfolgreiche Bodybuilder hat einfach sich auseinandergenommen im Gym, hat irgendwie sein Muskel zum Maximum getrieben, hat einen Reiz gesetzt. Und wenn der Reiz da war, hört man auf. Warum soll ich auf, warum soll ich auf ein totes Stück Fleisch nochmal draufdrücken und so. Das klaut dir nur Regeneration. So trainiert du aber schon ein bisschen länger. Ja. Was ist bei dir gewesen gewesen, dass du gesagt hast, ich will irgendwas ändern oder ich muss irgendwas ändern, dass du jetzt in Amerika warst, mit jemand anders trainiert hast und dir gesagt hast, boah, keine Ahnung, Brett oder Martin, was kann ich besser machen? Was habe ich halt zu dir gesagt? Also was hat ein Profi zu einem Profi gesagt, was du besser machen kannst? Ja, tatsächlich dieses, dieses… Weil ich denke mir so, du hast ja schon heftig trainiert. Ja. Du trainierst heftig, aber was kann man dann noch verbessern? Also… Noch mehr Reiz sitzen. Gerade durch solche Intensitätstechniken und so und durch dann auch mehr Wiederholungen. Ich mache jetzt viel mehr Wiederholungen auch oft. Ich habe damals immer, ich wollte immer schwer trainieren, auch noch ein bisschen Ego behaftet trainieren, weißt du, wie wir alle so… Ich auch, natürlich, ja. Komm, irgendwie 200 beuge ich schon und das schwere Training ist zwar immer noch beibehalten, aber dann auch viel mit Intensitätstechniken arbeiten und das halt dann damit abrunden und halt neue Reize setzen, weil… Wichtig ist halt, dass du schon deine schweren Sachen auch drin hast, auch weniger Wiederholungen und aber auch dann deine mehr Wiederholungen drin hast. Ich sage jetzt absichtlich nicht leichter, weil sonst denken alle, man pumpt dann herum, aber halt auf mehr Wiederholungen trainiert. Das ist so… Das, was ich jetzt ausprobiere, was ich mitnehme, ist alles halt sehr individuell auf meine Schwachstellen angepasst, mit den Übungen, die ich gut spüre. Deswegen soll man nicht eins zu eins Pläne von Profiskopieren. Split ist scheißegal, das kann ich euch ganz ehrlich sagen. Haben die dann das Gerät anders gesetzt? Ja. Wie, etwa zum Beispiel? Ich habe jetzt Montag habe ich Rücken, wir fangen gleich damit an. Dann Dienstag habe ich… Aufgrund der Schwäche, oder? Ja. Ja, Arme und Rücken wollen das verbessern. Deswegen Rücken zweimal die Woche und Arme zweimal die Woche. Also wir haben Rücken am ersten Tag, wir haben Schulter, Arme, Schulter, zweiten Tag, Beine, heute, dann Rest, dann wieder Rücken und dann Brust oder Arme nochmal und dann wieder Rest. Okay, also hast du dann im Prinzip am ersten Tag Rücken? Ja, und nach dem nächsten Rest, der wieder rund am fünften Tag Rücken? Ja, nach jedem Rest, der wieder Back. Okay, verstehe. Und Chest und Schultern hast du einfach nochmal, dein Brust ja nicht schwach. Wo machst du dann nochmal, Andi, du hast ja nur einmal die Brust drin. Also einmal Brust, Schultern drin, zweimal Rücken, wo hast du dann die Arme zweimal? Nee, ich habe Brust und Arme und ich habe Arme und Schultern. Also nochmal, Rücken, Arme, Schultern, Beine, Pause, Rücken, Rücken, und dann Chest und Arms. Und dann Chest und Arms, okay. Ich pisse mir in die Hose, sorry. Schon wieder. Was hast du mir da von Astragalus sagen, ne? Wurzel euch heute das zwanzigste Mal schon wieder pissen. Ja, aber interessant, also das heißt, Wurzel im Endeffekt, nur einen anderen Trainingssplit, hat vorher schon hart trainiert und das Einzige, was er jetzt macht, ist Identitätstechniken mit mehr Wiederholungen. So wie ich das verstanden habe. Ich bin leider auch nicht immer so, ich will auch immer mein Ego besiegen und so viel wie möglich, so viel Gewicht wie möglich kloppen, auch unsauber. Und dann merke ich aber wieder hier rum, bei dem Training mit Urs, dass alles scheiße anstrengend war und dass der Classic-Typ alle gefickt hat einfach. Also gestern die Open Jungs auseinandergenommen, mich auseinandergenommen und dass der Urs da auch sich selber jedes Mal auseinander nimmt. Und das ist halt einfach eine Kunst, die kann halt nicht jeder, die muss man lernen, wie er gerade gesagt hat. Nach einer kurzen Toilettenpause geht es weiter. Die Pflicht hat gerufen, ich muss mal wieder Wasser lassen. Ihr kennt mein Problem. Ja, aber zum Großen und Ganzen, ja, rundet das eigentlich mein Training ab. Wie gesagt, ein neuer Split, für mich individualisiert. Zum Groben kann man sagen, sehr, sehr angepasst jetzt auf die Schwachstellen, die ich jetzt noch weiter verbessern will. Wenn man ein Gewichtslimit hat, muss man da noch präziser arbeiten tatsächlich. Bei dir geht es einfach darum, Masse drauf zu kloppen, aber auch Schwachstellen jetzt schon langsam zu verbessern. Ohne Scheiß. Wenn ich dann so ein Argument kriege, du musst ein 6er Split machen, weil du alles aufbauen musst. Nein. Ich muss 8, 9, 10, 11 Wochen eine Schwachstelle aufbauen. Dann fokus auf die andere Schwachstelle. Dann fokus auf die andere Schwachstelle. Und ich kann mich nicht auf alles gleichzeitig konzentrieren. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Das geht einfach nicht. Aber ich versuche jetzt mittlerweile schon in den Videos weniger über mein Training zu reden. Da sollen die Leute immer wissen, was ich mache. Weil es nicht gut ist, dass die Leute uns nachtrainieren. Also sich mal Übungen rauszunehmen, die ein Mike macht, die ein Urs macht. Aber hast du was ich früher auch gemacht? In der Zeitschrift oder sowas? Doch, doch, doch. Auf jeden Fall. Okay. Aber es war genauso. Aber in der Zeitschrift waren auch sehr allgemeine Trainings noch, wenn du dich zurückerinnerst. Das war Jay's 5er Split. Ja, ja, ja. Und da hat es halt angefangen mit Schrägbank, mit Flachbank, mit Fliegende. Ja, wobei. Und ihr müsst keine verschissene Übung irgendwie so oben am Kabel, Ilyak Pulldown oder sonst was machen. Sondern ihr müsst die Basics machen. Heißt jetzt nicht Kabelruder, Langhandelrudern, Klimmzüge. Wenn ihr jetzt zum Beispiel, wie ich oder Mike auch, enges Rudern am Kabel nicht richtig für den Rücken spürt, dann findet das selbst für euch raus und dann ändert die Übung. Ja. Und das versuche ich immer den Leuten jetzt mittlerweile auf den Weg zu geben. Mehr auf sich selbst zu hören, nicht nach rechts und links die ganze Zeit zu gucken. Für sich selber rauszufinden, was funktioniert. Das ist der Spaß am Bodybuilding, das ist der Prozess dieses Ganzen. Wenn ihr einen perfekten Plan vorgelegt bekommt, ist es am Ende nicht so schön. Das Geile ist, durch die verschiedenen Jahre zu gehen, die Trainings zu machen, die Trainings Partner auch am Start zu haben, mal mit Trainer Marcin und dir die Arme zu zerstören, mal mit Jay zu trainieren, mal mit Leuten, die, keine Ahnung, einfach immer neue Einflüsse zu kriegen. Lebensmittel genau dasselbe, deswegen hört ihr auf zu lernen, probiert das aus, was für euch funktioniert und mit den Tipps kann man eigentlich gut durch eine Bodybuilding-Karriere gehen und ihr verschenkt da auch keine Jahre oder kein Potenzial, solange ihr euch den Arsch im Gym aufreißt, euch genug Regeneration gibt, ganz wichtig. Die Rest Day ist auch so gestaltet, dass ihr wirklich aktiv regeneriert, dann werdet ihr besser. Und ein Abend, das ist kein Rest Day. Ne. Das will mal alle Leute sagen, können sie das? Ne, ja. Sollen die gerne mal den Abendtag von uns gestern machen. Dann brauchst du da einen Rest Day. Ne, aber, ja man, das fasst es gut zusammen, intensives Training, egal ob Volumen oder Hit, denkt nicht mehr im Volumen oder Hit, es gibt nicht entweder oder, passendes Volumen für euch, mit immer 100% Intensität. Ja. Wenn man es mal schafft, nicht 100% Intensität zu liefern, warum auch immer, dann kann man noch einen Satz dazu machen oder zwei, kann man wieder mehr Volumen draufpacken. Es muss immer so eine Balance daraus sein. Man sollte auch schauen, wie viel kann man da generieren. Ja. Oder, ja gut, heute haben wir ein bisschen mehr gemacht. Ja, heute waren mehr. Ja, aber das können wir noch alle regenerieren. Andere können nur vier regenerieren, wenn man so richtig intensiv friert. Und du merkst ja jetzt schon, wenn wir uns jetzt so zerstört haben und dann haben wir zum Beispiel drei, vier Rest Days, dann reicht das nicht, um die Beine zu regenerieren. Das reicht nicht. Und andere machen dann Push-Pull, Beine, Pause, Push-Pull, Beine. Ja, das zeigt mir immer wieder, wie intensiv die Leute sind. Niemals. Also, wer sechs Mal die Woche trainiert mit einem Rest Day, der muss schon ein Training so ein bisschen nicht ganz so intensiv sein, dass man das schafft, meiner Meinung nach. Aber ich lass mich da gerne belehren und ja, das rundet so ab, das ganze Trainingsding. Ist schon immer sehr interessant, aber ganz ehrlich, bleibt bei den Basics. Ich find's immer lustig, so die Leute wachsen immer am besten, die sich keine Gedanken drüber machen. Und je mehr ich auch selber gelernt hab, desto mehr verkopfst du dich. Und jetzt mittlerweile denk ich mir schon seit ein, zwei Jahren so, ey, ich lerne immer Neues dazu, aber ich mach nur noch das, was mir passt. Ist so. Mir ist auch scheißegal, welche Studie rauskommt, welcher Guru das sagt oder das sagt. Ich mach einfach nur das, was mir passt. Und wenn ich jetzt, wie heute 50, 50 Wiederholungen am Strecker mach, und dass es sich geil anfühlt und ich Spaß daran hab, dann mach ich das. Und davon bin ich fest überzeugt, weil... Das ist eigentlich die Theorie, das ist eigentlich die Praxis. Ist einfach so. Ist einfach so. Ich lerne das immer selber auch. Ich hab's mein Coach. Ah, Lukas, die und die Übung würde ich gerne damit tauschen und sagt, Maik, mach doch. Ja, schon. Er sagt, solange du diese fünf Übungen machst, sollte sie wie möglich ist. Ja. Er wächst dann sowieso. Oder du wächst dann nicht, weil du genetische Scheiße bist. Ja. Aber das, was am besten triss, was am besten spürst, das hilft. Ja, wächst dann. Fertig Ende aus. Ja. Also, um das beizuhalten. Mich interessiert, was du machst, hab ich gerade schon gesagt, wo du weg warst. Die Leute sicherlich auch, weil ich will auch mal dazulernen und du hast so viele heftige Profis getroffen. Ja, Mann. Und im Endeffekt konntest du für dich das Beste raussuchen. Und ich denke, dass wir so eh nicht voneinander sind vom Trainingssystem her. Und wenn du dir sagst, okay, das brauche ich, das brauche ich nicht, hätte ich wahrscheinlich ewig Argument wie Too oder genauso argumentiert. Und weißt du, was das lustige ist? Egal mit welchem Olympia-Champ ich trainiert habe, jeder hat anders trainiert. Mhm. Und jeder ist am Ende des Tages zum Olympiasieg gekommen. Ob es ein Yates war mit seinem einen Satz oder ob es ein Coleman war mit 400 Kilo Kreuzheben oder ob es ein Jay Cutter war mit High Volume und Pump Training. Alle haben oder Samson jetzt mit zwei Übungen zusammen kombiniert oder Derek mit dem habe ich auch trainiert. Das war auch nochmal was anderes. Geil, stimmt, ja. Also weißt du, Nick Walker auch, der macht zum Beispiel so Reps in Reserve und sowas. Ja, ich weiß. Also klar, man belächelt das so und wir feiern das halt nicht so, aber selbst das muss man sagen, funktioniert dann irgendwo. Dennoch muss man sagen, jeder von den Leuten, die erstmal so schwer wurden, die so groß wurden, haben so trainiert wie wir jetzt gerade. Ja, und jeder weiß, wie man intensiv trainiert von denen. Das muss man sagen. Nick Walker hat nicht mit 90 Kilo so trainiert wie jetzt, sondern hat sich noch mit dem Arsch aufgerissen. Also ich würde behaupten, jeder von denen hat so trainiert wie wir jetzt. Ja, also jeder weiß, was Intensität ist. Und jeder passt jetzt halt sein Training dementsprechend an und hat es dementsprechend verinnerlicht für sich. Amen. Und das rundet die Trainingsgeschichte gut ab, aber darüber könnten wir noch stundenlang reden. Also, schreibt mir aber auch eure Meinung rein zu den Trainingssystemen. Was sagt ihr dazu? Mir geht es mittlerweile auf den Sack, diese auch Lagerbildung, was Trainingssysteme angeht und dass da irgendwie so, ah, das funktioniert besser das. Ja, warum alle Künstlerathleten trainieren doch scheiße. Ja. Stefan macht selber schon Spaß über sich selber, weil alle immer denken, der Zwei-Satz-Prinzip Push-Pull-Beine, der sagt, der Split ist mir scheißegal. Und zehn Sekunden negativ. Ja. Aber dass Diogo sein Athlet anders trainiert, Wesley anders trainiert, ich anders trainieren, alle seine elf Olympia-Athleten trainieren alle anders. Aber alle wissen, wie man intensiv trainiert oder fast alle. Und das ist halt das Ding. Ja. Und auf dem Level, glaube ich, musst du einfach für dich rausfinden, was funktioniert. Und wenn du bei Stefan im Coaching bist oder bei dir und Mike dir zwei Sätze aufschreibt, top and back off, dann guckst du im Plan und denkst dir schon, na, das ist zu wenig, dann musst du ein intensives Training auch lernen leider. Also nicht leider, aber hoffentlich, weil eins steht fest, je näher du ans Muskelversagen kommst, desto mehr Reiz setzt du und desto besser wächst der Muskel, wenn du den entsprechend regenerierst. Deswegen trainiert ans Versagen, trainiert hart. Wir sind aber aus. Das war's mit Polska. Genau. Vielen Dank, Leute. Daumen hoch. Glocke an. Glocke an. Abonnieren. Code Polakko bei ESN oder Code Mike bei HPN, wie ihr wollt. Scheißegal. Unterstützt immer den, den ihr am liebsten mag, den unterstützen wollt. Das ist keiner sauer. Und ich bedanke mich herzlich bei Gruß nochmal. Ja, ne. Und danach ein Talkvideo. Alles Gute euch. Bleibt gesund. Ciao, ciao. Ciao.